4x15 Findest du nicht gut, oder was? Wollen wir mal ein bisschen krasser? Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Ich bin Thomas, Alter. Und zwar, wir haben jetzt, kennst du früher noch Quartett? Ja, erster Zuschauer, den ich getroffen habe. Erster! Verlier die Karte nicht, Alter! Die Karte! Verliert bloß dir die Karte, ey! Die Karte ist weg! Gar nicht! Ey! Ich bin jetzt fest nicht, Alter. Haben wir uns selber so eine Karte, Jungs? Ey! Habt ihr kurz eine schöne Minute? Moin, der Thomas hier! Herzlich willkommen zum neuen Video von Henrik, FTL Racing Team. Skrrr! Wir haben aber halt richtig Geld überlegt. Und zwar, gibt es ja diese, wenn ich du wäre, haben wir ja schon tausendmal gemacht und alles so was anderes. Kennt ihr noch von früher Quartett? Da habt ihr eine Karte gehabt mit Mercedes. Wer hat mehr Leistung, wer hat mehr Hubraum. Wir haben uns vier Karten gemacht mit einem Foto und besonderen Eigenschaften von uns. Und werden mal die Mädels fragen, welche sich dann für wen entscheiden würde, anhand unserer besonderen Fähigkeiten, die auf der Karte draufstehen. Aber der Clou an dem Ganzen, jeder hat die Karte vom Anderen. Also ich bin Thomas und Thomas ist Henry. Genau. Und die Mädels, also ich gebe mich als Henry aus. Und die Mädels sehen uns ja nicht, weil wir auf Spiegel sind. Und dann werden wir mal gucken, wer performt hier heute. Der Ziel ist quasi, welches, also wer am Ende die meisten Votes quasi bekommen hat. Verliert bloß nicht die Karte, ey. Ja, da muss man halt auch dran denken. Ey, der bringt dir sauer, wenn du die verlierst, dicker. Da läuft die, ne? Wollen wir die mal abfangen hier auf dem Würwersteig? Okay, let's go. Die Kopfhörer drin? Ja. Wollen wir mal so viel Leads los? Ey, ganz kurz, ich hab mal ne Frage. Und zwar, kennst du früher noch Quartett? Ja. Wo man immer so einen Wert hat. Aber ich hab gerade wirklich, ich kann gerade nicht, sorry. War das gerade nicht? Ne, ich kann nicht. Ich hab zu viel gefragt. Okay, Jutti. Guck mal, ich hab zu viel gefragt. Guck mal, ich kennst dich drauf, was das von damals. Ja. Wir müssen direkt sagen, guck mal hier, wir haben hier zwei Karten, für wen wir müssen sich entscheiden. Und dann lesen sie sich das erstmal durch. Was ist denn das hier? Besondere Fähigkeiten? Ja komm, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich hab leider ja keine Zeit. Ja, das werden sie alle sagen. Die Karte! Passt doch mal auf die scheiß Karte auf, ey. Ey, schrei dir so. Hier ist der Rot-Affensitzer. Kopf her, erwischt dich nicht. Oh. Da soll mal einer sagen, Berlin hat viele Frauen. Ja, die sind alle am Alex gerade. Ja. Ich verstehe das nicht. Warte. Es ist ja ohnehin so, dass hier mal irgendeiner über die Straße läuft oder sowas. Achso. Hier sind zwei Mädels. Fahr ran, fahr ran, fahr ran. Dann müssen wir die vordere fragen. Ja. Hi. Habt ihr ganz kurz mal eine Minute? Och, gar keinen Bock, Alter. Komm, ruf, auf den Bike weiter. Ja man, die hatten aber keinen Bock, Alter. Die sahen schon so scheiße aus, Mann. Die hatten gar keinen Bock, Alter. Die hat nicht mal zu dir geguckt, ne? Guck mal, ist hier was? Oh, hier sind viele Mädels, Alter. Hier hätten wir auch mal fragen können. Weißt du, so eine Mädelsgruppe, Alter. Es ist halt sauschwer, so einer zu spotten und dann auch direkt da hinfahren zu können, ne? Ja, ja. Ey, hier ist doch schon alles voll, Junge. Ja, ist gut. Muss gucken, dass wir uns nicht umkacheln lassen, wa? Ja. Jetzt wär scheiße. Guck mal, der kleine Opa auf seinem Dreilack. Guck mal, der kleine Opa auf seinem Dreilack. Guck mal, der kleine Opa auf seinem Dreilack. Alter, hat er eine extra Jackson, Junge. Hier sind ja schon volle, Leute. Ja. Hier sinkt ja auch, Jena. Hey Junge, was ist denn hier los? Wollen wir mal ein bisschen kracher? Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Ja, richtig asozial. Das wär hässlich. Ich war so kurz davor, so eine übelste RAF-Bomb zu geben. Ey, nein, Alter. Da sind sie. Die holen wir uns. Oh, jetzt wird cringe. Ich cringe jetzt schon weg. Ich bin Thomas. Henry. Hey. Habt ihr kurz noch kleine Minute? Ja. Klar, ihr steht doch hier nur rum. Nee, wir stehen nicht nur rum. Touristen-Touristen. Versteht ihr mir nicht? Oh, Mann. Die haben keinen Bock gefilmt zu werden, glaub ich. Ja, ich glaub auch. Oh, guck mal, der zieht ein Weed hier, hast du gesehen? Geiler Typ. Boah, ich hab jetzt wirklich Bock, Alter. War jetzt so deprimierend. Ich dachte, ich hab einen Treffer, Alter. Okay. Ey, guck mal für dich, hier sind sie, die Dings zu mir. Ich hab das weg. Gar nicht. Die letzte. Ey, dicker, Alter. Ich hab's. Ja? Boah, besser, Mann. Ey, das ist bei der letzte Minute, Leute. Ja, ich wollte vor den Jungs einen coolen Wheelie machen, Alter. Ja, hab ich gesehen. So, ich mach jetzt keine Wheelies mehr. Ey, so eine Vierer-Truppe würde ja auch gehen. Hier links, die beiden? Ja, aber witz, ja, das wollen wir machen. Nee, die sind lesbisch. Henrik. Wir müssen hier noch drehen ein bisschen. Stimmt. Verlier die Karte nicht, Alter. Digga, lustig wär, wenn wir irgendwie coole Boot auch so treffen würden und den dann so fragen. Ein paar Sekunden später. Jesus. Na? Alles gut? Dig mal den. Den krassen Pferd waren echt endlich. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Nee? Nee. Ja, guck doch mal das. Ey, wir drehen gerade. Moin. Ah, das ist eine riesen Truppe an Mädels. Okay, komm lass da hin. Die sind doch voll jung noch. Ja, aber scheiße, oder? Dann willst du da hinfahren? Ja. Okay, dann ist das dein Move, die zu fragen. Nee, lass nicht machen. Oder? Die schreiben mir alle wieder in die Kommentare, das Johann gerade immer erst fünf Jahre alt. Ja, ja. Guck mal da, wollen welche. Was? Komm, wir fahren mal ran. Boah, kannst du den Bordstein jetzt schon? Boah. Boah. Moin. Wir brauchen mal kurz eure Mädels. Wie heißt ihr? Ja, ja. Wie heißt ihr? Pass auf, machen wir gleich alles. Bitte jetzt ganz kurz, passt auf. Ich bin Henry. Ich bin Thomas. Ja? Und wir haben jetzt zwei Karten vorbereitet. Und anhand, ihr seht uns ja nicht, aber anhand der Infos, müsst ihr euch aussuchen, wen ihr am ehesten euer Insta geben würdet. Okay. Okay. So. Ja? Kommst du her? Ah, nee, es ist raus. Ey, ihr könnt auch gucken, wenn ihr wollt. Raus! 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 4x15. Das ist nicht gut, oder was? Ja. Bisschen kurzer. Boah. Aber es ist viermal, ne? Das ist schon eine große Masse. Ja, ihr könnt ruhig laut denken. Sag mal, was ist da? Was denkt ihr denn? Also, wir würden Henry nehmen. Echt, ja? Was sind die ausschlagenden Argumente? Prada ist besser zu Hause. 1.020 auf dem Boxautomat. Von 1.020 auf dem Boxautomat. Von 1.020? Ja, das ist schon ansprechend, der so ein Brillo ist ausschickt. Du hutschst aus dem Knast? Ja, ja. Wie? Hast du Jura studiert? Ja, das klingt so. Ach, du bist Thomas? Was? Jetzt haben wir ja verraten, wer wer ist. Wir haben uns ja falsch ausgegeben. Ihr habt euch ja gerade vorgestellt. Ach so. Aber du hast gesagt, du bist Henry. Ja, er ist Henry, ich bin Thomas. Und wir wollten eigentlich, dass wir das vertauschen. Aber jetzt ist das egal. Egal, euer Statement? Henry. Henry, ja. Thomas. Ganz klar Thomas. Okay, danke euch. Ist okay, wenn ihr im Video drin seid? Ja, wie heißt ihr? Also, wie viel gucken nach Henrik unter sich FTL? Die sind arschweit weg. Ey, ich hab das jetzt... Aber... Ey, das war gut, dass die uns eh irgendwie... Wir dürfen doch aber nicht... Also, ich war doch, wir haben noch verdreht, weißt du? Am Ende haben die uns doch falsch verstanden. Jaja, irgendwas haben wir falsch gemacht. Ja. Lass dich schnell parken, Digga. Und dann Motorradabschirm. Und dann spinn dich schnell beim Motorrad, Digga. Hier sind die doch. Oh nein. SMCR-Sägt, oder? Sieht hier aus wie Jendrik. Servus, Meister. Ich kenn dich noch großer. Woher denn dich denn? Auch nur von YouTube. Echt? Ja. Digga, er ist der Zuschauer, den ich getroffen hab. Erster. Was mit den Mädels? Wir holen die Mädels da vorne. Ah, meine Ohren, Bruder. Oder? Oh. Aber Ampel ist ausgefallen. Ja. Dann los, oder was? Wollen wir uns dann die Mädels holen, oder was? Ja, los. Ja, das müssen wir uns angucken. Wollen wir kurz mitfahren? Ja, ja, ja. Das wird maximal unangenehm. Oh, das wird ja unangenehm. Aber noch zu viel, Digga. Oh, die gehen schon weg. Ich hätte schon gar keinen Bock mehr wollen. Will, jetzt habt ihr kurz ne Minute. Ja. War total lustig eigentlich. Passt auf, ihr seht uns ja nicht, aber jeder hat eine Karte mit einem Bild und ein paar Eigenschaften. Und ihr sucht euch aus, oder ihr sagt uns, wen ihr am ehesten euer Insta geben würdet. Okay? Anhand von den Infos, die hier drauf sind. Äh. Ja? Ja. Ja. Und ihr nicht. Ja komm, ist doch lustig. Guck einfach mal. Guckt euch einfach die Taten mal an und dann entscheidet mal. Kannst du kurz reden? Ich bin Thomas. Hi, Fred. Kannst du kurz reden? Ich bin Henry. Nee, du bist Thomas. Was? Was? Wie kommst du jetzt darauf? Von der Stimme her. Nur von der Stimme? Du denkst, dass das meine Stimme ist? Ich denk schon. Was sagt ihr? Was, Herr Redner? Soll ich erraten, wer von wie weit wer ist? Nein, nein, ihr solltet uns nur anhand von den Infos, solltet ihr sagen, wen ihr am ehesten das Insta geben würdet. Keine. Keine? Nee. Ja, dann kann man nichts machen. Es sind asozial. Es sind Pellinä. Danke dir. Wo ist denn Anna? Hallo, Ali. Hallo, Ali. Anna, Anna sitzt da. Da ist Anna. Frag schnell, frag schnell. Frag mal Anna. Anna, Junge. Anna, Anna. Hallo, Anna. Ich bin Henrik. Hallo. Ja, da hast du dich schön falsch vorgestellt. Scheiße. Das ist ein Klappow, Alter. Henrik und Thomas. Anna, wir machen heute eine Straßenumfrage. Du bist jetzt bei uns im Video. Ist das okay? Ungern. Ach so, vier. Hast du zwei Karten? Du siehst uns ja nicht, ja? Nimm mal eine Flossen. Thomas und Henry. Du kannst jetzt an. Du musst dich quasi für einen entscheiden, wem würdest du eher dein Insta geben anhand dieser Karten. Aber kein Druck, Anna. Du darfst auch ruhig laut denken, was ist dein erster Eindruck? Vielleicht optisch erstmal? Du kannst ja mal laut lesen. Ja. Du kannst ja mal laut lesen. Ja. Hier ist dein Auto. Ah, klasse. Du holst dich aus dem Knapp. Das ist ein Pluspunkt, oder? Ich bin Arzt für Haut- und Geschlechtserkrankung und möchte heute über das Thema hohen Juckreiz berichten. Thomas. Thomas? Warum würdest du Thomas nehmen? Von den Luchs jetzt. Von den Luchs? Ja. Von den Luchs? Ach so. Der Mexikaner quasi. Ja. Top, Junge. Punkt für Thomas. Dich quasi. Ja. Eigentlich. Ja, easy. 3 zu 2. Ich bin Thomas, ja. Ja. Eigentlich müsst ihr jetzt auch noch bewerten. Hallo erstmal. Ich bin Henrik. Thomas bin ich, meine ich. Thomas, Thomas. Und du ist Henrik, oder? Ja, ja. Ich bin Henrik. Ja, dann zeig mal her jetzt hier. Das ist Thomas. Also ich. Also wir machen Doppelbewertung, ja. Hi, hi. Hi, hi. Hi, Jim. Okay, also kurz mal ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja. Senfeier fallen schon mal raus, also Henry hat dann schon was recht getan. Seine Feier, ne? Ja, das passiert dann auch schon. Aber die Länge ist halt auch wichtig. Aber das ist jetzt bei uns dann wichtig. Das ist für uns wichtig. Ja, das ist für uns wichtig. Ja, das ist für uns wichtig. Ja, auf dem Fall habe ich den Ding auch. Ja, nee, aber ich müsste Thomas sehen. Ja, ja, Thomas. Ja, Thomas. Ja, danke. Schön. Was habt ihr euch gefallen? Ihr macht Videos? Eigentlich machen wir ein Video, aber es klappt einfach nicht. Ich spreche nur irgendwelche Leute an. Die meisten sagen so, ich hab ja keine Zeit, ich muss jetzt dringend irgendwo hin. Manche sagen gar nichts, sie laufen einfach weiter. Ja, die Mädels gerade hatten auch wenig Lust. Ja, sobald die auch die Kameras sehen, haben die keinen Bock mehr. Wenn die auch nicht beide dann sehen, dann ist er die Feierabend. Ja, alles gut. Looks like fun. Hey Mike, bist du es? Ja! Also, ich weiß es nicht. 15 x 4 cm. Leute, wenn ihr noch einen Push auf YouTube braucht, dann sagt Bescheid. Ey, jetzt rot, Junge! Wir wollen gar nicht euer Insta, es tut uns leid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!